Diesmal habe ich meinen ganz besonderen Kollegen aus Erkoren, der mein Opfer sein wird und das ist... Ich habe die Zündung raus. Was geht's? Geht los? Ja. Okay, also vorneweg entschuldigt. Ich bin noch ein bisschen verkatert. Ich hatte gestern ein Konzert. Was will ich sagen? Wir befinden uns in... Saarland. Im Saarland heute. Und ihr wisst ja, ich habe ja dieses Projekt am Laufen unter dem Motto Ode an die Freunde. Und ja, da schreibe ich immer mal so ein paar Songs über ein paar Kumpels von mir. Zum Teil lustiges Zeug. Und mein nächstes Opfer dafür ist... Der... Ey Stöbi! Der Fabi von Restrisiko. Und wie der Fabi auf das ... seinen ganz besonderen Song von mir geschrieben reagieren wird... Das sehen die Leute am Sonntag! Sonntag? Tschüss! Tschüss.